Aber gut, ähm... Ich frag mich eigentlich, wann das Ende der Welt kommt, wann ich dann wieder was Neues machen muss. Äh, Neue Welt, mein ich. Aber gucken wir dann, ne? Es sollte ja kein so großes Problem sein, der Charakter bleibt ja. Ob auch die Dinge bleiben, die man als Charakter, äh, nimmt. Ansonsten ist es ja auch cool. Dann starte ich wieder bei Null, dann bin ich wieder nicht overpowered. Ich mach auf jeden Fall erst eine neue Welt, wenn ich overpowered bin. Hehe. Hey, ne Tür. Ja, die bringt ja jetzt sehr viel, ne? Kann ich eigentlich von unten da rausspringen? Also, es sieht grad so aus, ne? Solche Plattformen kenn ich zum Beispiel über Super Mario und da geht das halt. Aber ich weiß nicht, ob das mit den Plattformen auch geht. Ich will's aber auch nicht probieren, weil wenn es geht, dann bin ich draußen ausgeschlossen. Das möcht ich auch nicht. Und ne Tür... Obwohl, ich könnte hier so ne Tür platzieren, ne? Naja, das mach ich gleich mal. Oh, ich hab noch sechs Wurte, ich muss jetzt aufpassen. Hey, es gibt ne Stuhl? Wofür dat denn? Hey, das wird genau passen. Hier, gut. Ein Sign. Hier, das bringt sehr viel. Hey Monster, dat hier ist mein Haus. Hier, lest doch mal dat Schild. Ähm, Tisch, ja. Genau, ein Tisch. Bringt sehr viel. What? Holy Crap, hör doch mal auf hier. Was soll dat denn hier? Das soll doch mal ein schlechter Scherz sein. Wann war dat? Auf jeden Fall ein Schwert. Sieben Holz. Ja, das ist natürlich blöd. Kann ich ein Steinschwert schon machen? Ich hätte genug. Ich hätte genug, auf jeden Fall. Ein Hammer. Zwei Damage. 25% Hammer Power. Hammer Power! Es gibt auch Pfeile und es gibt einen Bogen. Yay! Viel Kurssatz. Ah, ein Stein. What? 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 Unfair, unfair, unfair. What? Die können hier rein? Die können hier rein? Was ist das denn? Warum sagt mir das denn niemand? Das gibt's doch nicht. So, ich möchte jetzt aber respawnen. Hallo. Hey, ich hab meine Items alle noch. What? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Geh mal weg, ey. Weg hier. Hey, ich kann hier nicht durch. Unfair. Unfair Alarm. Ich muss hier rein. Holy Crap. Oh shit, der kommt hier nachher rein. Oh mein Gott. Er kommt hier fast rein. Hilft mir, Leute. Stirbt der auch mal? Da kommt noch einer. Ach, fahr doch zur Hölle hier. Was soll denn dat? Ja. Toll. Also ich find dat grad sehr unfair. Warum können Zombies einfach durch Holz durch? Was sind dat für Hacker? Ja, du Geid. Du sagst mir gar nix darüber, dass Zombies durch Holz durch können, ne? Du Arschloch. Du Hurensohn. Echt mal. Was fällt diesem Arsch eigentlich ein? Hallo, die können auch von unten durch Holz durch. Wie unfair das ist. Und Holz kann man nicht kaputt machen. Wat ist dat denn? Sag mal, wat soll dat scheiß denn? Schwierigkeitskurve. Bitte ein bisschen nicht so Hammer. Wat soll dat denn? Muss ich jetzt warten, bis wieder Tag ist, weil ich sonst nix machen kann, weil die einfach viel zu stark sind. Ich geh mal das holen, was ich, äh, was mir gehört. Das gehört mir und hier drüben ist auch noch wat, wat mir gehört. Ich weiß es ganz genau. Da is it. Oder auch immer dat war, es gehört auf jeden Fall mir. Ach du Kacke. Komm schon schnell, hier machen, los. Die Zeit reicht nicht. Ich kann auf jeden Fall von unten durch. Das ist sehr gut. Ach, bin ich hier oben sicher? Ja? Haha, awesome! Awesome! Ich glaub, hier mach ich mal einen Unterschlupf. Ne, da unten... Ja, da unten könnte ich mal eine Mine dann machen. Ja, okay. Oh, ne, ich misch jetzt aber hier. Erstmal hier, ne? Fackel. Die platziere ich doch glatt mal an den Baum. Geht nicht. Doch, geht. Okay. Sehr gut. Ach, haben sie keine Lust mehr. Gehen sie weg. Gut. Freut mich. Alter, dat war ja wat. Da kommt schon wieder so ein Kumpar, ne? Ja, ich bin zu schlecht. Dummkopp. Aber diese fliegenden Augen machen mir Angst. Wat die wohl können? Nein, keine gute Idee. Sag mal, kann ich denn echt nicht kaputt machen? Das ist ja blöd. Scheiße, das ist jetzt auch blöd. So, dann guck ich mal. Ach, hier, Sonnenblumen. Ach, das ist ja schön. Zu spät, zu spät. Aua. Schon sehr action-packed. Im Anfang erst sogar. Schon unglaublich. Ich möchte das hier eben haben. So eben wie im Garten Eden. Haha. Ha. Lustig. Was passiert, wenn ich den Baumstumpf direkt kaputt mache? Ach, dann geht alles kaputt. Okay, das ist wohl ein bisschen besser. Oh, oh, das war keine gute Idee. Ich find's gut, dass man eine Fackel in die Hand nimmt, dass sie dann auch Licht abgeben. Das ist ja, das ist cool. Auf jeden Fall. Kann man eigentlich Dinge im Hintergrund zerstören? Ich glaub nicht, ne? Hm. Ach, 100 Münzen ist eine Silbermünze. Das ist ja interessant. Workbench. Ja, müsste ich eigentlich nochmal platzieren, ne? Brauch ich aber gar nicht. Hm. Was mach ich denn jetzt? Ich kann hier jetzt eigentlich gar nichts machen. Ich muss warten, bis es wieder Tag wird. Ich würd sagen, fast forward. Ne, keine Ahnung. Guck mal, was wir machen. Ach du, holy crap. Hau mir doch ab hier. Hau mir ab, du. Was ist das? Demen. Dämonenauge. Hab ich das richtig gelesen? Dämonenauge. Yo. Na, dat ist schön. Ich wehre ihn ab. Mit aller Kraft, die ich aufbieten kann. Aua, was war das denn? Warum ist der nicht zurückgestoßen worden? Das ist ja unfair. Hacker. Hacker, schon wieder. Was soll das? Jetzt kommt zwei von den Arschlöchern. Ah. Alter, die werden nicht zurückgestoßen. Was ist denn das? Drei. 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 Toll. Voll nicht unfair oder so. Ich möchte jetzt respawnen. Dankeschön. Ja, Tourguide. Du sagst mir auch nichts, ne? Dass das fliegende Gegner gibt. Arschloch. Voll die Hure, du. Ich sag es dich. Der hat irgendwas im Kopf. Der will irgendwas mir antun. Ich weiß nicht was. Ich hab's geschafft. Moha. Komm schon. Du schaffst das. Was? 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 Man kann keine Türen platzieren. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Was soll denn das? Unfair. Ich find mich jetzt sehr deprimiert. Man kann keine Türen platzieren. Da oben erst recht nicht. Warum nicht? Hä? Ich versteh's nicht. Warum nicht? Hallo. Türen platzieren schwer gemacht. In Terraria. Es ist eine wirkliche Herausforderung. Meine erste Tür zu platzieren. Was soll das? Hallo. Ich möchte nur eine Tür platzieren. Hallo. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum? Das Spiel hasst mich. Can be placed. Nee, ganz eben nicht. Alter. Geht nicht. Muss man pixelgenau sein, oder was? Ach, da kommen wieder Slimes. Ist die Zeit der Ungeheuer etwa vorbei? This whole game does not make any sense. Ich wollte's nur mal bemerkt haben. Komm doch hoch. Können die eigentlich da durch? Durch Holz? Ruf mal nicht. Gegner halten aber ganz schön viel aus für den Anfang. Wollte ich schon sagen, ne? Raus aus meinem Heim. Aua. Du darfst gar nicht so schnell wieder springen. Aua, du darfst das gar nicht. Hex. Hexor. Wächst da denn? Geh mal weg. Das kann ich auch nicht zerstören. Man kann hier irgendwie nix zerstören. Hier, guck doch statt an. Hey, Fackel. Gib mich meine... Oh. Nee. Ich dachte jetzt zerstören ist immer mit Rechtsglück, aber ist es nicht. Fackel platzieren geht. Tür platzieren nicht. Was? Was? Was ist dein Problem, Spiel? Was hab ich denn jetzt anders gemacht? Nix. Okay, die Sounds sind cool. Was hab ich anders gemacht? Ich versteh's nicht. Warum kann ich's nicht kaputt machen? Warum kann ich's nicht kaputt machen? Erstmal Holz abbauen hier. Genau. Ich frag mich übrigens grad, deswegen bin ich auch so still, ob dieses Spiel denselben Hype kriegen wird, den Minecraft gekriegt hat. Frag ich mich grad, weil es ist ja geiler, meiner Meinung nach. Vielleicht sollte ich mit der Maus nichts rumwackeln. Also kann man nicht bestreiten, dass das geiler ist. Ich hoffe, Monster können nicht durch Türen durch. Das wäre nun unter aller Sau. Unterste Kanone, du. Ich kann nix damit machen, das ist aber nicht so toll, ne? Geht nicht. Hiermit auch nicht? Nee. Äh, ist das schade, muss ich sagen. Äh. Ähm, ich mach mal sowas, ne? Hehe, hehehe. Ha, Tourguide, du kommst hier nicht rein. Klar. Ja, da gibt's Sinn, wie ich das da platziert hab, ja. Egal. Ähm. Was mir grad auffällt. In diesem Spiel, in diesem Spiel könnte man doch perfekt so Mario-Figuren oder sowas nachbauen. Wenn's 2D ist? Wär doch perfekt dafür. Das sieht aus wie so ne, wie so ne Bank. Jetzt. Hehe. Cool. Auf jeden Fall, ähm, was ich jetzt mache, ist, ich, äh, ich, ähm, stopp mal kurz die Aufnahme, render den ersten Part und lad den schon mal hoch. In der Zeit kann ich dann, äh, weiter aufnehmen. Also, bis gleich. 4 Minuten rendern, findet der Mania ganz toll. Okay, ähm. Ja, genau, äh, wo waren wir dran? Wir wollten, ähm, das Spiel herausfinden, wie es geht. Ähm. Was kann man eigentlich mit Münzen machen? Ich hab noch keinen Shop gefunden. Hm. Naja. Naja. So, was hab ich denn alles? Äh, jaja, genau, ich hab Ahorn. Ne, Arkorn. Was sind das? Das sind doch Eichel, ne? Ja. Ne, nicht die Eichel, die wir haben, aber die anderen, ne? Gut, ähm. Ofen. Ja, richtig, mal einen richtigen Ofen hier, nicht so ein, so ein Klapperofending in Minecraft. Steinen, Block, Holz und drei Fackeln. Das hab ich alles. Das hab ich alles. Unglaublich. Aber ich werd's noch nicht kaufen, weil das irgendwie nicht mehr ein richtiges Haus, sondern nur irgendwie ein Semi-Haus. Ein, äh, Mischtegern-Haus. Das hab ich alles.